was geht ab leute hier ist wieder aller besser von den buden mit gedoodlers willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute den smoking simulator vorneweg sei einmal gesagt rauchen ist tödlich fangt gar nicht erst damit an okay let's go mal sehen was uns bei diesem wunderbaren simulator so erwarten wird ja es gibt jawohl day one work okay dann wirken wir mal die kompanie okay wir haben genug gewirkt wir schauen uns einmal hier oben ein sehr schönes bild ein taker stifter ein telefon telefon hat geklingelt können wir da noch angehen nein hier hinten dran ist nix okay können wir das wieder zurück tun nein take cigarette take cigarette okay frage ist was können wir jetzt hier alles tun die schubladen können wir auf uns zu machen den müll einmal begutachten oh es klingelt hallo so smoke ja dann smoken wir mal im büro feiert ich glaube wir dürfen im büro nicht rauchen das hätte uns ja mal jemand sagen können gut start werden wir es jetzt länger als einen tag schaffen leute wir beginnen unsere arbeit erstmal mit einer zigaretten pause so boss toiletten was haben wir hier konferenzraum hallo okay hier ist keiner wo können wir denn hin zum rauchen break room dürfen wir hier rauchen a smoke area guten tag der herr genießt auch mal seine pause so ganzen zigaretten hier einsammeln und jetzt können wir hier eine rauchen auf ganz entspannt so können wir die zigarette entsorgen ja können wir so dann back to work würde ich fast schon mal behaupten hier ist unser arbeitsplatz sehr gut so ganz verstehe ich den simulator noch nicht was okay es kostet sehr viel geld ist zu reparieren na dann schnell eine rauchen schnell 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 ja ja telefon klingelt egal so dann rauchen wir mal eine gut mit einem zug fertig geraucht zigarette entsorgen und wieder zurück auf den arbeitsplatz und wir haben noch keine arbeit hier erledigt sit at the desk work ich möchte werken nur irgendwie game work einfach mal hier durch russian ok oh die zigarette ist fast aufgebraucht äh raus da schnell deine rauchen gehen schnell schnell gerne rauchen dicker schneller ja i said no ja sorry boss ich muss jetzt erstmal eine rauchen gut das wäre noch mal geschafft so now ja was denn now was was möchtest du denn so guten tag boss mr burns mr burns mr burns bist du es what the fuck ja er ok was war das jetzt egal geben wir jetzt erst mal eine rauchen Äh, wo sind meine ganzen Arbeitskollegen? Egal. Hier chillt immer noch einer ab. So. Gut, aufgeraucht. So, was müssen wir jetzt machen? Was ist hier drin? Stairs. Ja, wow. Dankeschön. I'm pregnant. Äh, okay. Das ist doch schön. Oder müssen wir jetzt unbedingt wieder eine rauchen? Ja, 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 ja. Noch schnell eine rauchen und dann gehen wir zurück an die Arbeit. So. Unser Nikotinbedarf ist gedeckt. Gut, was nun? Back to work. Dede, 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 dede. Ja, ja, work jetzt einmal ein bisschen. Work. Jawohl. Get to my office now. Na dann. Getten wir mal in sein Office. Aber was haben wir falsch gemacht, Leute? Boss, ich komme. Boss. Sie haben nach mir gebrüllt? Ich verlasse dich für den Milchmann. Ja, dankeschön. Ja, Boss, was möchtest du denn? Ich möchte eine rauchen gehen. Ja, äh. Rauchen? Ich habe keine Kippen mehr. Oh, oh. Äh. Age-Mode, okay. Jetzt können wir das ganze Büro kurz und klein hauen. Und das alles nur, weil wir nicht rauchen waren. Alles klar, Leute. Äh. Ja, mal die Pflanzen durch die Gegend schmeißen. So. Du hast mich schon die ganze Zeit genervt. Weg mit dir. Eskalation. Eskalation. Du feiert. Ja, gut. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Komischer Simulator. Ja. So. Ich muss jetzt mal versuchen, die kleine To-Do-Liste, die neben meinem Bildschirm hängt, abzuarbeiten. Ja, ja. Boss, ich kann jetzt nicht. I said now. Ah. What's taking so long? Ich bin vielleicht am Arbeiten. Puh. Nein. Get in here. Now. Nein. Oh. Nein. Nicht smoken. Nicht smoken. Schnell raus. Nein. Geh doch. Hä? Wieso kann ich jetzt nicht raus? Dann rauchen wir einfach hier. So. Gefeiert. Ja, schön. Ich konnte ja nicht rausgehen. Komisches Spiel. Work. Direkt zur Arbeit. Let's go. Damit unser Boss glücklich mit uns ist. Work. Ablehnen, 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 ablehnen. Annehmen. Ablehnen, ablehnen. Annehmen, ablehnen. Annehmen. Ablehnen. 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 Äh. Ablehnen. 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 Hm. Gut. War dies richtig? Um elf haben wir ein Meeting. Okay. Zu dem Meeting sollte ich doch easy hinkommen. So. Okay. Uns wurde das Wasser zu Hause abgestellt. Das ist aber nicht so toll. Wieso liegen jetzt hier keine Zigaretten rum? Was soll das? Was soll das? Naja. Gut. Können wir auch hier irgendwas machen? Nein. Natürlich nicht. So. Back to work, Leute. Back to work. Ähm. Ablehnen. 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 Wir lehnen hier alles einmal ab. So. Um elf Uhr habe ich ein Meeting. Das bekommen wir doch locker easy hin, Leute. Bitte. Quit. Leave desk. Wir haben jetzt gleich elf Uhr. Los. Schnell eine rauchen. Damit wir dem Meeting beisitzen können. Ja. Geh durch. Smoke. Gut. Gut. Schnell aufrauchen. Mit einem Zug natürlich. Alles klar. Mein Haus ist mit schwarzen Witwen übersät. Nein. Nicht so, Boss. Meeting. Wo habe ich den Meeting Room? Hä? Ah, Conference Room. Okay. Bin ich hier richtig? Hallo. Ich muss um elf Uhr an einem Meeting teilnehmen. Hä? Um elf Uhr. Attempt Meeting. Ja. Da möchte ich doch auch hin. You're late. Ja, dankeschön, Boss. Ah. Oh, oh. Wir hätten noch vorher eine rauchen gehen sollen. Die sind doch nicht tatsächlich gegen das Rauchen. Äh. Gut. Eine Aufgabe haben wir erfüllt. Ja, toll. Wir haben keine Zigaretten mehr. Egal. Hier alles kurz und klein. Oder? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Wir gehen einmal zum Boss hin. So. Boss. Ich komme. Du hast bei mir verlangt. Boss. Jetzt gibt es erst mal ein paar auf die Schnauze hier. Ah. Man sieht hier überhaupt nichts. Das macht mich noch wütender, dass man hier nichts sieht. Ah. Jo, feiern. Ja. Ist mir egal. So. Gut, Leute. Wir haben es zwar nicht geschafft, unseren Job auch nur einen Tag zu behalten, aber ich hoffe, euch hat dieses Video dennoch sehr gut gefallen. Falls ja, würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Und alle Leute, die das Video bis zum Schluss geschaut haben, die schreiben mir jetzt unten in die Kommentare ein. Hashtag Zigarette. Und denkt dran, Leute. Fangt bloß nicht mit dem Rauchen an. Ich spreche aus Erfahrung. Das macht keinen Sinn. Also lasst es. Gut. Jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Ah. Das Laune rein hat. Das ist toll. Gruß deinen Game Pass auf Dornhof. Ich bin Rausch. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.